hallo ihr lieben heute machen wir mal was ganz anderes also wobei ganz ist ja auch wieder übertrieben aber das ist was was ich noch nie gemacht habe wo ich auch ein bisschen aufgeregt war als ich das in angriff genommen habe ich habe mir von etart das rapido bestellt das sind die zwei kleinen flaschen die da hinten stehen und habe mir dann so überlegt was kann man damit am schönsten machen was für eine tolle art gibt es das um das in szene zu setzen und ich bin ja ein fan von melchkaffee und dementsprechend habe ich mir zwei so eine becher genommen ich habe eine tasse genommen und habe dann das ganze versucht umzusetzen das rapido ist tatsache material was unglaublich schnell aushärtet wo man sehr sehr schnell arbeiten muss und ein unglaubliches feingefühl haben muss für dieses material ich kann schon mal dazu sagen ich habe beim zweiten anlauf zwei versuche gebraucht wert dazu aber dann noch was sagen aber ich habe auch ich glaube ich schneide jetzt nicht wirklich irgendwie groß was raus damit ihr einfach wirklich das so seht wie es passiert ist und das ganze besteht wieder aus zwei komponenten das ist also so ein schnell aushärtendes epoxid hat und sind jetzt farblich auch komplett unterschiedlich und die werden nach volumen abgemessen ich habe für mich als kleine kontrolle dann auch das gewicht noch mit dazu genommen damit ich so ein ungefähres gefühl für habe weil ich auch nicht genau wusste wie sind die becher von der genauigkeit her und habe dementsprechend das ganze dann so ein bisschen vorsichtiger gemacht habe ungefähr 90 milliliter beim ersten mal genommen also 90 milliliter von dem einen und von dem anderen von der einen und anderen komponente und dementsprechend habe ich dann da noch so ein bisschen das gewicht mit dazu genommen es ist ein bisschen mehr geworden als die 90 milliliter die ich ursprünglich nehmen wollte und dann habe ich das ganze mit einer paste so einer epoxidharz paste genommen und dann sah das so ein bisschen bräunlich aus was ich das sehr sehr spannend fand und ich mische jetzt erstmal damit ich nicht zu viel voraus nehme und erzähle schon mal wieder mal wieder was zu meinem kanal ich lade wie ihr seht in der regel sonntags hoch und die bastel videos kommen um 12 ich habe unglaublich viele techniken mittlerweile auch ausprobiert schreibt mir gerne in den kommentaren falls ihr irgendwie mal gerne was von mir sehen wollt was ich mal ausprobieren soll für euch und oder vielleicht auch noch mal genauer zeigen und dann habe ich auch musikvideos die lade ich auch in der regel sonntags hoch um 16 uhr weil das für mich einfach so nur zeit ist oder eben einfach das wochenende ich arbeite ja unter der woche halt vollzeit und dadurch komme ich halt meistens nicht richtig dazu sonst mich dem zu widmen was ich gerne machen möchte und eben dem basteln dem film ich gehe am wochenende viel weg zu live musik bands und freue mich da einfach immer drauf wenn ich euch dann dabei mitnehmen kann und euch zeigen kann wo ich war was ich tue das wie bei den short videos da habe unglaublich viel aktuell auch ich habe oft die meerschweinchen ich habe natur im moment einfach weil der frühling aktuell ja auch kommt und ja also dementsprechend lasst mir gerne kommentar daumen nach oben da ich freue mich immer sehr und versuche da auch immer auf die kommentare sehr gut und aus der schnell drauf einzugehen und damit ich im zweifel helfen kann wenn fragen sind ja hier habe ich jetzt wie gesagt das jetzt angefangen zu rühren ich habe den becher dann unten angefasst wo das material selber auch ist und das weil dieses material sehr warm wird und die wärme gibt einen aufschluss darüber wie weit das ganze beim aushärten ist das rühren habe ich durchgängig gemacht aufgrund dessen weil ich halt für mich auch ein gefühl haben wollte wie doll härtet aus allerdings wenn es in dem moment schon aushärtet dann muss man auch wirklich so schnell sein und ich glaube ich brauche dafür auch noch ein zwei drei momente ich hoffe dass rapido das gibt es aktuell nicht aber ich hoffe das kommt bald wieder und freue mich dann wenn es dann wieder vorrätig ist es ist nicht günstig das wissen wir alle dass es aber das epoxid hat selbst auch schon und auch das rapido ist nicht günstig ich gönne es mir weil es mir spaß macht also ich glaube jeder hat ein hobby was ein bisschen geld kostet und dadurch überlegt es euch ob es euch das wert ist wie ihr das dann gerne umsetzen also es ist glaube ich kein material womit man mal ganz kurz rum spielt und dementsprechend falls ich übrigens gerade ein bisschen erkältet klinge ich bin tatsache auch erkältet also lasst euch da jetzt nicht verunsichern ich klinge nicht immer so also ich hatte übrigens ein youtube video mal dazu gesehen gehabt zum rapido da hat sich die jene zwei minuten timer gestellt für mich waren es glaube ich mehr als zwei minuten also mir hat die zeit jetzt nichts geholfen ich glaube dass das auch ganz ganz unterschiedlich sein kann ich könnte mir vorstellen dass das auch an der menge liegt wie viel das ist und ja und hier fange ich an zu gießen dann habe ich auch wirklich sehr sehr langsam gegossen einfach damit ich dann schauen kann wie es funktioniert und irgendwann war dann der punkt wo man es gesehen hat ich hoffe das kann man so ein bisschen auf dem video erkennen dass das dann wirklich fest wurde und hier habe ich den schwung reingemacht weil man jetzt nämlich gemerkt hat jetzt wenn gießen dann jetzt und genau ihr seht schon ich hab da leider bin da an der tasse hängen geblieben aber ich glaube es gibt so den reale realität check irgendwo wenn da flecken dran sind dann weil die kriegt man so jetzt auch nicht weg und ja und dann habe ich mir noch so eine kleine unterlage gegönnt die dann das ganze so ein bisschen noch weil das ist ja doch recht warm ich war mir nicht sicher muss man es vielleicht noch mal runter machen auch wenn es jetzt schon gestanden hat es hat sich nicht mehr bewegt aber ich dachte mir ich gehe lieber auf nummer sicher und habe es dann dementsprechend doch noch die tasse oder die kanne darunter gestellt damit das halt für mich ein bisschen sicherheitsgefühl gibt hier hatte ich übrigens versucht diesen fleck rauszukriegen aber er ging nicht das aber auch okay mittlerweile ich habe mich damit jetzt gut arrangiert und ja dann habe ich das ganze ein bisschen stehen lassen weil das war ja relativ warm ich habe dann gedacht okay lass mal noch ein bisschen auskühlen damit es dann funktioniert mit der nächsten schicht weil ich habe jetzt dann noch mal eine zweite tour gemacht beziehungsweise ich habe ja schon vorweg genommen ich brauchte auch noch eine dritte und hab dann dementsprechend das ganze eben auskühlen lassen und wollte dann das ganze mit einem weiß was dann so die milch präsentieren soll und hier habe ich gerade geguckt welcher was am besten bringt es damit ich dann diesen kleineren becher dann damit runter stellen kann und das ganze dann ich dann ein bisschen stabil halten kann damit es mir nicht umkippt wenn ich es dann gegossen habe also da vielleicht für euch dann schon im vorhinein so ein bisschen gucken wie macht ihr euren arbeitsplatz am besten am besten ich hatte dann auch die pasten auch schon aufgedreht und wie gesagt einfach so ein bisschen damit ich relativ schnell die sache machen kann und dann nicht an der zeit scheiter weil es mir auf einmal die zeit wegläuft und ich nicht richtig gerührt habe nicht reingemischt habe oder ähnliches also dementsprechend ich weiß dass ich habe irgendwann mal da waren das sieht ja so ein bisschen aus wie eine zunge und dementsprechend wäre das auch eine möglichkeit so aller rolling stones zunge irgendwie zu machen also auch das kann ich mir glaube ich ganz gut vorstellen und wie gesagt ich hoffe sehr dass es dieses material bald wieder zu kaufen gibt ich habe zwar noch einen kleinen rest aber dementsprechend schauen wir dann einfach mal wie es am besten funktioniert ja und jetzt kommt dann die nächste tour da habe ich logischerweise ein bisschen weniger genommen ich glaube ich habe 50 genommen ich bin mir nicht mehr 100 pro sicher also dementsprechend nagelt mich da nicht fest ich habe es so ein bisschen aus dem gefühl heraus gemacht logischerweise nur natürlich gleichmäßig vom vom dass der gleiche teil von dem einen als auch von dem anderen material ist und ja und worauf ich auch gerade achtet habe ist dass ich nicht extrem viel genommen habe von der paste aufgrund dessen weil ich einfach das gefühl hatte dass mir das sonst vielleicht so ein bisschen die stabilität wegnimmt wenn ich zu viel davon rein mache das hat man ja beim epoxid hat selbst ja auch wenn man zu viel von bestimmten sachen reinmacht von glitzer von pulver von pasten das ist dann immer so ein bisschen das ergebnis verfälscht und ja ja hier mache ich übrigens jetzt mal ein bisschen schneller aufgrund dessen weil wir ja noch eine zweite tour machen genau ich habe es jetzt ein bisschen schneller eingestellt jetzt nicht extrem viel schneller also ihr werdet trotzdem noch sehen weil ich euch natürlich auch diesen effekt zeigen will warum es nicht funktioniert hat ich war nämlich einfach zu ungeduldig und ich hatte einfach zu wenig masse was ich davor eben mehr hatte dadurch hatte ich mehr spielraum was beim gießen dann funktioniert das war jetzt diesmal leider nicht der fall ich habe gedacht es wird schon fest es wurde aber leider nicht fest und dementsprechend war es dann leider fehlte mir die masse hinten heraus dass ich dann halt das ganze noch zum stehen hätte bringen können ich hoffe es war verständlich was ich meine also dementsprechend da hat leider mein feingefühl nicht gereicht beziehungsweise mein gefühl vom ersten mal war halt eben vielleicht genauso aber ich hatte halt nicht mit bedacht dass ich ja jetzt weniger masse hatte und dementsprechend habe ich leider einen zweiten versuch gebraucht und das war jetzt auch okay dadurch sieht die tasse halt danach eben auch gut gefüllt aus und also keine sorge da das verfälscht jetzt dann das bild dadurch nicht aber es war halt trotzdem für mich ärgerlich wirklich ärgerlich aber gut ich habe dann dementsprechend wieder neu angemischt ich habe den gleichen becher behalten damit nichts verschwendet wird und habe dann dementsprechend das ganze wieder neu gemacht und hier lasse ich die original geschwindigkeit damit ihr das auch besser seht ich hoffe dass es wirklich gut zu erkennen ich habe meinen tisch nicht umgeräumt sonst habe ich ja manchmal dass ich den tisch wegdrehe dass man besser das sieht was da passiert aber irgendwie habe ich diesmal nicht gemacht ich habe es vergessen und hat gehofft dass man es trotzdem sieht es tut mir leid ich versuche wieder mehr daran zu denken ich bin halt auch kein profi in sowas ich habe eben oft auch gar nicht die möglichkeiten da jetzt das ganze schön auszuleuchten und schön zu machen und das ist für mich halt immer so ein nachteil wenn man eben die möglichkeiten die zeit nicht hat und aber das ist trotzdem okay und genau hier rühre ich wieder und halte den becher auf fest versuche da so ein gefühl zu bekommen wie warm wird das ganze schon und ihr seht auch ich habe zum beispiel den braunen becher immer noch auf dieser unterlage damit das ganze noch weiter auskühlt denn so ein bisschen wärme war immer noch da als ich das jetzt gemacht habe und die wärme ja von dem anderen was ich davor gegossen habe war auch noch da also ich wollte einfach auf nummer sicher gehen heißt das ganz kurz und knackig und ja ich zeige euch auf jeden fall zum schluss noch das ganze ordentlich das ergebnis damit ihr da auch ein ganz tolles gefühl für kriegt was da entstanden ist und ich das lohnt sich also alleine für diese spielerei vielleicht habt ihr ja noch kreative ideen was man damit noch machen kann was man damit als gebilde festhalten kann ich hatte auch erst an so einen blumentopf mit einer gießkanne gedacht wo ich dann das ganze in blau einfärbe damit dann das aussieht wie wasser und ich gieße dann eine blume zum beispiel also auch das war so ein gedanke dass ich das gerne machen wollte ja ja hier war ich mir jetzt nicht sicher soll ich soll ich nicht ich war total unruhig weil es mir ja beim ersten mal nicht geglückt war und dadurch war ich dann so ein bisschen unsicher aber ich glaube dann habe ich doch noch den richtigen punkt gefunden und fand es dann gar nicht so schlecht aber hier sieht das schon wieder so schön fest wird ich finde es immer noch faszinierend wie das funktioniert und ja habe dann übrigens festgestellt dass die größere kanne besser ist und habe dann eben ausgetauscht und ihr seht es hält trotzdem und es funktioniert super so jetzt zeige ich euch gleich noch das ergebnis und ich hoffe euch gefällt es genauso wie mir so und jetzt seht ihr mein ergebnis ich habe mir extra das ganze woanders hingestellt damit es hoffentlich gut zur geltung kommt und ich liebe es ich hoffe euch gefällt es auch und sind echt einfach eine andere Spielerei mal zur Abwechslung ich habe es ja vorher immer schon mal bei der Webseite von Etta Art gesehen und habe mich ja dann erst nicht getraut das ganze mir zu holen aber ich liebe es ich würde es wieder machen ja genießt ihr das Ergebnis noch dazu ich hoffe euch hat es gefallen ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag ich hoffe ihr seid nächste Woche dann wieder mit dabei wie gesagt schreibt mir gerne in die Kommentare wenn ihr was wissen wollt wenn ihr was sehen wollt jetzt hat mein Handy geklingelt wenn man es mal nicht ausmacht und und genau und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo ich freue mich immer sehr und ja ich hoffe wir sehen uns bald wieder so bis dann Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020